Herzlich Willkommen zur Reitungszeuge von Karte Eben Thüringen, einen schönen Mittwoch, hoffe das kommt. Wir fahren uns in den verehrten Hartfeier zurück. Oh, hier sind schöne Bäume, und hier sind viele Vögelchen, die singen, schöne große Bäume, aber wir haben selbst gepflanzt. Da ist der Haferfeld. Ja, Pippmatz, singt schön. Gute Zeit. Gibt's ja gar nicht, wenn wir dauerne Zeit wegessen, ne? Ah, übrigens, das Feld 60 wird auch gekalkt werden, ne? Ja, die beiden sind weit genug auseinander, das dürfte keine Probleme geben. Und den fahren wir jetzt noch in den Führungskurs hin, weil er mich garantiert wurde, wo sich beide verhackt haben und die abfahren noch auf den Zug, da hat das garantiert, Cosplay, die Sache, ein bisschen sich verarscht gefühlt, in Anführungszeichen. Und da kam eine Sache durcheinander, vermute ich mal, wie es so ist. Aber ja, ein bisschen Stress, in Anführungszeichen. Wir haben genug Flushpum. Schluss geht sie aus. Paronale Vorsprung. Hier müssen wir es noch passen. Schaut da so komisch aus. Ach, Stroh ist das. Aber da gibt's die Probleme, wenn wir treffen, ne? So, haben wir ein RGW. Oh, wenn wir schon vorbei sind, können wir gleich Kontrolle machen, ne? Also, wie lange dauern wird Raps auch kommen? Kommt Kohle rein, ne? Ach, da ist der Altdurchfallstreuer noch, der hat auch nur 18.000, also. Das ist so dann. Wo ist er oft das fahren, ne? Und man macht nix. Das sind gerade günstig, das passt gerade. Das ist nicht garantiert nämlich, wo er nämlich Schwierigkeiten machen wird. Und gleich aufpassen. Ja, wenn der nämlich losfährt, dann muss er sofort... Dann fahr sie aus. Hat er schon mal gut, Anführungszeichen. Die Gefahr nicht zu groß. Aber der wird gleich... Genau, das hat mir wieder ahnt. Wenn wir gerade mal so reingedriffen, ne? In die ganze Schwimm. So, lassen wir mal mit dem Vorsprung. Aber eine Reine brauchst du lange. Das ist das Problem. Aber auf Feld 12, wenn wir noch eine arbeiten lassen, da... das ist das nicht so, das ist nicht so viel. Das ist ne... relativ lang. Wenn einer vorgewendet fährt, mit. Vielleicht mal sehen. Aber auf Sauer wird es... Zwei wird da nix. Das 38 wieder bisschen besser. Von der Form am Business 13 oder 11. Oh, naja. Aber die sind teuer. Lohnzahler. Gut, dass die noch Minus arbeiten können. Ne. Das muss ich eingreifen. Wenn der Schlimme sind... Mann, das Personal ist besoffen, glaube ich. Wenn man die Karte mit klein macht, bis sie jemals los ist. Die Dingersteuer hat noch gut gefüllt. Ich stelle mal wieder ein, was jemand jetzt macht. Die beiden sind noch nicht so voll. Ja, ein Böses. Wollen wir mal eingreifen. Könnte es mal sein. Aber was weiß ich groß wie groß. Da werde ich versuchen, das nächste Mal manuell zu machen und nur einen Überfahrer einstellen. Der nun von Feld zum Silo fährt. Dann fahre ich die Dinger von Feld zum Hänger selbst voll. Geht dann ein bisschen sicherer als jetzt. Wenn ich so eine Aktion einmal einen Kreis fahren so ungefähr. Die Beildrescher sind fast gleich voll. Sind gleich voll. Das heißt, wenn er es den roten zuerst nimmt, ist es an sich schlecht. Weil wenn er besser wird, er wird erst den schwarzen nehmen. Aber dann sieht es so aus. Dann hat es zum Glück, wenn man den schwarzen aussieht. Ich würde eh lustig wäre mit dem Stroh. Wenn man die Sache beobachten oder macht. Wie er damit klarkommt. Genau, der Kurve ist gefährlich. Obwohl das ja fast ideal ist. Das ist voll, da kann er noch. Anführungszeichen. Weiterfahren. Das ist gar nicht so tragisch. Der zweite Hänger muss nehmen. Das ist voll. Der ist schnell entleert. Das ist gut. Aber wenn das lange dauert. Von daher sagt man, das klappt. Durchdrehen der Reifen. Achso, das ist der hier. Hat er Stroh gefressen? Ganz gut aus. Ja, sieht auch gut aus. Dann ist ja das Feld auch fast fertig. Jetzt wird es wieder heikel. Man weiß nicht, wie er fährt. Nach dem Motto. Wir haben aber nicht demitrische. Der Stroh ist gut, ne? Da hat er beim Aussehen nicht vernichtet. Anführungszeichen. Ja, dann haben wir alle Ruhe nachher. Karaken auf 160. Aber dann lassen wir ihn ruhig einmal fertig machen. Und dann werden wir hier weiter aussehen. Obwohl die Aussage noch dauert. 38. Der ist in voll. Jetzt werden wir eingreifen. Und zwar mit meinem LKW. Mit einem kleinen blauen LKW. So, da war er schon. Hopp, da war er schon. Eine andere ist wieder voll. Wenn wir uns beeilen. Können wir den noch vermeiden. Was anders in den Haugen fährt. Die Straße ist breit genug. Hier können wir nicht ausräuchen. Rechts ist kein Platz. Links ist unser Acker. Können wir auch nicht rein. Gut, hier könnten wir links fahren. Wären wir auch. Das ist hochgradig gefährlich. Faktorfahrer kommt garantiert gleich. Nein, noch nicht. Dann warten wir es mal an. Schau mal. Oh. Jungen, wir haben geklappt. Das war knapp. So, für zwei Fahrzeuge die Straße zu eng. So, hier werden wir auch an sich machen. Dann werden wir den anderen sehen. Dann werden wir schwarz mit voll sein. Gleich. Aber wir müssen hinterm roten rein fahren. Aber die Frucht ist noch zu stören. Aktuell ist der Haferpreis bis in den Keller. Das ist typisch. Kann ich nicht warten, bis ich da bin. Dann werden wir mal nebenbei leer machen. Aber der Rote ist voll. Der schwarz ist nicht voll. Okay, dann können wir den mal leer machen. Gut, das ist leer. der rote ist voll später werden wir das so machen dass ein Mütrescher ein Feld macht und der andere wird dann entsprechend es gibt dann weniger Karamballage und wir schaffen trotzdem mehr wenn beide gleichzeitig reich sind ja so Zeit muss noch ein bisschen Zeit die Fahrung soll nicht zu langweilen aber nicht zu kurz um die 18 Minuten ungefähr hier schon vorankommen wollen wir auch aber auch nicht langweilen in der nächsten Folgen kommt mal die Rapsernte Kalken wieder leider die Aussage wird dann auch noch bedauern wenn wir wahrscheinlich mit Sargut oder auf 5 geht das ziemlich schnell mal auf 1 kommen wir auch nicht voran aber ich freue mich noch drauf auf die Season-Mod dann ist automatisch mehr oder weniger festgelegt drei Tage ist dann Zeit für die Aussaat drei Tage zum Ernten normalerweise und kann man auch entsprechend über mehrere Sorten nachher so ein bisschen gestalten nach Stafflung also würde eine Aussaat und Ernte nicht so gleichzeitig laufen so da hatten wir eher halb gestaffelt hätte wir Erden nur oder wir sehen nur und da wird halt Holz gemacht aber Raps ist fast durch ich weiß, Rapser ist schon Rapser ist fast durch das ist so gut wie erledigt das ist nur noch ein Rest ich mach der schwarze Heine ey, schon 19 Uhr hat mich dann gemacht der schwarze ist erledigt oh, der ist leer Rapser ist 100% das passt ja, der ist leer bis du so weit bist aber das macht nichts ich befürchte eher, dass ich mir einen Haufen fülle so, das soll es für heute gewesen sein für die heutige Folge ich hoffe, es hat euch gefallen würde mich freuen über ein Like natürlich auch ein Abo würde mich sehr freuen wenn ihr euch morgen wieder einschalten würdet und das sind heute und sieht man sich zwar hoffe ich Ihnen was für die nächsten Folge morgen in der gleichen Zeit ciao und winke winke bye bye ciao Untertitelung des ZDF, 2020